So, hallo Leute, hier ist noch ein kleines Kampfvideo vom Clankrieg. Ähm, ich greife mit Kilimera an, ähm, und ich weiß gerade echt nischt, ob ich überhaupt angreifen sollte. Gen... ja, okay, jetzt habe ich mir den höchsten geschnappt. Nein, ich wollte... hast du doch, wird angegriffen? Ja, ist schön, ich will nicht, geh weg! Ich... ach, es leckt gerade bei mir rum, sorry. Ich lade gerade währenddessen Titanfall hoch, uhaha. Ähm, ja, und wenn das hier oben ist, es ist Titanfall, schlägt es oben, also geht und guckt euch das Titanfall-Video bitte an, falls es euch interessiert. Ich würde es cool finden, wenn ihr es guckt. Ich freue mich immer, wenn ihr meine Videos guckt. Ihr dürft auch immer schön fleißig kommentieren. So, nee, okay, nein, 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 den greife ich auf jeden Fall nicht an, ich schnappe mir den untersten. Der ist wenigstens auf meinem Level, gegen den verliere ich zwar bestimmt auch, aber... Hey, besser ich fehle gegen den, als gegen einen, der noch höher ist, weil wenn ich jetzt einen mit... hier einen angreifen würde, der ein paar Level höher ist, also ein paar Rathaus-Level höher ist als ich... Och, nö, du. Dann würde der Gallien bestimmt wieder rummeckern. Also, mein Clanführer... So, warum meinst du den angegriffen? Okay, nein, Gallien ist cool. Ich mag den. Oh, ich habe auch einen Drachen in der Clanburg, das ist schön. Ja, los, komm, mach die gegnerischen Drachen kalt. Okay, dann springen wir mal diese Scheißen... Ah, fick dich doch ins Knie, Alter. Okay, der Angriff... Ich verkack bestimmt. Ich habe jetzt schon so das Kühler, ich verkack... Oh nein, oh, da kommt der erste... Oh, fuck. Oh man, komm schon. Ich will mindestens einen Stern, komm, bitte. Komm schon. Ein... Alter. Bitte. Fick dich. Los. Mach, komm, Bogenschützen, mach's kaputt. Bitte. Ja, Mörser, schieß Wonderson. Genau. Schieß Wonderson, ja. Ja, ein Stern. Ja. Wenigstens etwas. Boah, je, Mini. Sowas aber auch. Oh je. Okay, ich greife jetzt gleich hier nach dem Video... Was ist nach dem Video? Nach dem Angriff hier greife ich mit Fuhrmannschuh an und dann zeige ich euch das Replay. Boah. Boah, das gibt viel Beute, das ist cool. So. Okay. Okay. Ähm. Stimmt, wenn das Video hier draußen ist, habt ihr mein neues Base Design Video auch schon geguckt. Wenn nicht, guckt es euch nicht an, weil ihr jetzt eh das Video schon gesehen habt und mein Base Design dann ja schon seht. Ja. Okay. Ja, ich tue gerade noch ein paar Sachen anfordern und dann würde ich sagen, bis gleich. So, Leute, wartet mal kurz, ich musste euch jetzt zwischendrin noch mal was zeigen. Ich wurde gerade im Klangkrieg angegriffen von einem Typen, der bestimmt mindestens mal Rathaus Level 7 ist und ich weiß nicht, ich verstehe das nicht, warum die Hohen immer die niedrigsten aus dem Gegner-Team angreifen. Da sage ich lieber, hey, lass die niedrigen aus dem Clan, also aus dem Clan, so wie ich zum Beispiel jetzt die niedrigsten aus dem Gegner-Clan angreifen. Das ergibt viel mehr Sinn, weil wir dann wenigstens was machen können, weißt du? Aber nein, nein, der Wichser mit seinem scheiß Rathaus Level 7 oder 8 oder was auch immer kommt einfach und macht mich total kalt. Ach, das ist echt übertrieben. Mit 22 riesen, sechs Mauerbrechern, seinem scheiß König und Heiler, ey. Das ist ein ganz anderer Wichskram, ey, du. Mann. Okay, ja, bis gleich. So, hier seht ihr jetzt den Angriff von mir, Dr. Fu Manchu, also mit dem Profil. Ich habe hier oben, wie man sieht, erstmal meine ganzen Barbaren gedroppt, damit die hier die ganzen Fallen auslösen erstmal und dann droppe ich hier halt hier rund, überall rundherum, ich lasse es schnell ablaufen und dann die ganzen Bogenschützen hinterher und dann zerstören die alle Gebäude rundherum und dadurch bekomme ich einen Stern, da habe ich noch meinen Barbarenkönig hier oben gedroppt und mein Barbarenkönig kann in aller Ruhe das Rathaus zerstören und, ja, so einfach kriegt man zwei Sterne und ich hätte auch drei geholt, aber ich hatte nicht genug Geld, um eine gescheite Armee zu kaufen. Ja, so einfach jetzt starten. Gut, dann, haut rein, lasst so ein Like da und wenn ihr es noch nicht getan habt, drückt den Abo-Knopf. Tschüss.